Mein Name ist Klaus Böckmann, ich bin der Pflegedirektor im Klinikum Westfalen. Im Klinikum Westfalen verfolgen wir zwei Ziele. Einmal wollen wir eine gute Patientenversorgung und zweitens wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber sein. Heißt für uns, dass wir flexible Arbeitszeiten anbieten und die auch verbindlich. Ich heiße Anna Schmidt, ich bin onkologische Fachkrankenschwester und ich nutze das Angebot der flexiblen Arbeitszeit. Ich habe das Projekt halbes ganzes Jahr, letztes Jahr gemacht und weil es mir super gefallen hat, mache ich es dieses Jahr noch einmal. Ich gehe ein halbes Jahr arbeiten, das zweite halbe Jahr habe ich dann frei und das Gehalt wird dann über das ganze Jahr verteilt. Das bedeutet auch, dass die Sozialleistungen über das gesamte Jahr gezahlt werden. Durch das tolle Angebot konnte ich mich gut und intensiv um meine Familie und insbesondere um meine beiden Kinder kümmern. Eine große Erleichterung war es für mich zu wissen, dass ich nach einem halben Jahr wieder zurückkommen konnte. Wenn ein Mitarbeiter zwei Stunden in der Woche arbeiten möchte, werden wir das machen können. Wenn wir das zusagen, dann werden wir das auch umsetzen. Hallo, ich heiße Hanna Wurzlowski, bin 39 Jahre alt, arbeite hier im Klinikum Westfalen 2007 als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Kardiologie. Mein Mann und ich, wir haben zwei Kinder und sind beide in der Pflege tätig. Deswegen sind für mich flexible Arbeitszeiten sehr wichtig. Ich kann selber bestimmen, an welchen Tagen ich arbeiten kann und zu welchen Uhrzeiten. Bei uns im Klinikum Westfalen ist es nicht nötig, sich mit aufwändigen Bewerbungsunterlagen vorzustellen. Es reicht eine WhatsApp und wir werden uns dann kurzfristig bei Ihnen melden. Hi Markus, gerade eine interessante Bewerbung bekommen für flexible Arbeitszeiten. Ich denke, Sie sollten auf jeden Fall zum Kennenlerngespräch einladen. Ich würde Sie das weiterleiten. Sehr gut, ich lade Sie dann ein. Okay, super. Ich habe die Möglichkeit, eine Woche zu arbeiten und in der anderen Woche muss ich mich aber um die Betreuung meines Kindes kümmern. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal das ganze halbe Jahr und einmal das flexible Arbeitszeitmodell. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie selbst bestimmen können, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit Sie arbeiten. Das ist ja toll, das habe ich im Gesundheitswesen so noch nicht erlebt. Wir verfolgen das Ziel, attraktiver Arbeitgeber zu sein, egal wie die Arbeitszeitwünsche aussehen und versuchen mit allem, was uns zur Verfügung steht, das auch umzusetzen. Und dafür stehen wir im Klinikum Westfalen.